Kommandant Cullen habe ich rekrutiert. Was für ein Glückspilz. Er beschwert sich nicht über meine Manieren. Seine letzte Kommandantin war eine Irre, die sich in eine Statue verwandelt hat. Er hat also keine allzu hohen Ansprüche. Ich weiß nicht, soll ich glücklich darüber sein? Das sind feuerige Mummies aussieht. Und Level 12. Ach komm schon. Auf jeden Fall sollte ich schnell aufsteigen, wenn ich mir das Skelett zerlege. Das können nicht alle gewesen sein. Da müssen noch mehr sein. Weiter drin. So, Tagebuch von Peter. So, mehr nicht. So, ein Lümpchen. Skelette hinterlassen auf jeden Fall nichts. Ich marine nicht einfacher. So, wir müssen uns dann hier. So, ich hätte ein Witz. Ich wünsche mir die ... Er kann nicht mehr. So, jetzt entstehen. So, jetzt gibt's mir das Trebek. So, ich weiß nicht mehr. So, jetzt kommt das Lümpchen. So, jetzt bin ich mich online. Jetzt bin ich ganz schön. So, dann bin ich meine Erwartung. So, wenn wir haben das Lümpchen. Ich bin ich es nicht. S Pix in das Lümpchen. Das gefällt mir nicht wirklich. Na, sieht aus. Bislang sehe ich keine Toten. Wo steckt das Teil? Ach, hier. Ah, da haben wir das. Davon brauche ich ja 20 Stück. Ah, das ist hier. und ich nicht wirklich antersprungen ich muss hier noch ein blumchen stecken hier geht es weiter mache ich mal einen speicherer hier war ich drin ok obwohl es noch in einem toten lander sieht gibt es hier genügend sachen das möchte ich nicht gerade menschen gehen seit vorsichtig bewegungen im wasser locken sie raus so die wird abgeschaltet gut so aber ich dürfte ihnen genug schaden zu fügen die fallen doch ziemlich gut um so 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 Oh Gott. Wenn ich einen angreifen habe und angreife, muss ich nicht extra die Einsauer-Taste oder so klicken muss und dann nochmal ein bisschen muss, die sind eigentlich ziemlich easy hier die Gegner. Da ist die 12, die sind nicht gerade schwer. Okay. Das war's für heute. Ist das eine Art Leuchtfeuer? Warum ist der Herold gefallen eigentlich? Wo? Der nächste ist gefallen. Die Frage, in welche Richtung ich mich zurückziehe, muss ich mir mal... Hier ist irgendein dicker Gegner anscheinend. So. Wo habe ich mich wenigstens aus der Affäre retten können? Was hat mich jetzt zerlegt? Ja. 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 Kassandra! Ja. 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 Ja.